Welche Rentner werden die Rentenerhöhung 2024 nicht erhalten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbegleit24.de. Am 24. April 2024 hat die Bundesregierung in der fast wöchentlich stattfindenden Klausurtagung oder Kabinettstagung beschlossen, die Rentenerhöhung zum Juli 2024 wird kommen, meine Damen und Herren. Wir haben dazu natürlich ein Video gedreht und jetzt kam wieder einmal eine Frage. Zum Thema, welche Rentner denn die Rentenerhöhung 2024 nicht erhalten werden? Und dazu habe ich mal eine kurze Folie gemacht, eine kleine Übersicht gemacht, damit Sie sich das einfach mal anschauen können. Also, meine Damen und Herren, gehen wir als allererstes mal darauf ein, welche Rentner die Rentenerhöhung erhalten werden. Das sind alle gesetzlichen Rentnerinnen und Rentner, ungefähr 21 Millionen, die Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten oder hinterbliebenen Renten bekommen. Dazu zählen auch noch die gesetzlichen Unfallrenten und die Altersrenten aus der landwirtschaftlichen Altersversorgung. Alle diejenigen, die ich jetzt genannt habe, die bekommen im Normalfall die Rentenerhöhung zum 01.07.2024, 4,57% mehr Rente. Aber es gibt natürlich auch Millionen Rentnerinnen und Rentner, die die Rentenerhöhung nicht erhalten. Und das sind unter anderem die Betriebsrentner, die Rentenempfänger aus Versorgungswerken, also zum Beispiel Rechtsanwälte, Ärzte, Apotheker, Ingenieure, Architekten, die in einem Versorgungswerk sind und dort eine Rente erhalten, die bekommen die Rentenerhöhung 4,57% nicht extra. Dann selbstverständlich Rentner einer privaten Rente, wie aus einer Lebensversicherung, aus einer privaten Rentenversicherung, Unfallrente oder Berufsunfähigkeitsrente. Und dann auch noch die Riester-Rentner, die Rürup-Rentner und die Beamtenpensionäre nach dem Bundesversorgungsgesetz oder den entsprechenden Ländergesetzen, den Länderversorgungsgesetzen für Beamte, meine Damen und Herren. Alle die genannten Personengruppen erhalten die Rentenerhöhung 2024 nicht ausgezahlt, denn sie sind keine gesetzlichen Rentnerinnen und Rentner im Sinne der Rentenanpassungsverordnung 2024 und der gesetzlichen Bestimmungen zur Rentenerhöhung, die im SGB VI abgebildet sind. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema Rentenerhöhung 2024, welche Rentner die Anpassung nicht erhalten. Im Grundsatz erhalten alle gesetzlichen Rentner die Anpassung und die anderen eben nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Das ist heute, wenn wir das eine bequenste, die sich hier hinweisen. Ich wünsche Ihnen ein paar Äusschen. das sind das K ¯koin. Untertitelung des ZDF, 2020